Hallo meine lieben Pilgerfreunde! Heute waren wieder Roswitha, Maik und ich unterwegs mit der Kamera. Wir haben ein schönes Erlebnis gehabt auf dem Weg von der Kranenburg auf dem Moritzweg Richtung Germins da. Es sind die Kaskaden von Kleve und unterwegs oberhalb der Kaskaden war ein riesengroßer Mammutbaum den wir alle drei herzlich umarmen konnten. War ein wunderschönes Erlebnis. Bis dann meine lieben Pilgerfreunde! Schaut mal vorbei wenn ihr in Kleve unterwegs seid. Ciao! Berth